Ja, hallo. Es scheint sich noch zu geben, die Sternstunden. Damit künftig sozusagen ein Buchtitel des von mir geliebten Schriftstellers Stefan Zweig mit seinem Buchtitel Sternstunden der Menschheit. So will ich nicht greifen, aber ich hatte gestern so ein Gefühl wie, das ist ein besonderer Moment, das sind besondere Erkenntnisse und ab jetzt wird alles viel besser. Und das möchte ich mal als Sternstunde bezeichnen. Und wenn ich Ihnen sage, worum es dabei geht, dann erkennen Sie, dass bei mir der Wunsch besteht, dass Sie vielleicht, wenn Sie dieses Video sehen oder wenn Sie es sehen werden und Ihre Schlussfolgerung ziehen, wie ich meine, auch zu einer Bezeichnung kommen, es ist eine Sternstunde in Ihrem Leben. Sternstunde deshalb, weil ab dieser Erkenntnis und insbesondere ab den abgeleiteten Schlussfolgerungen und Handlungen von Ihnen, und es geht um ganz geringe Dinge, Sie Großes bewältigen, nämlich Ihre Lebensqualität verbessern. Bei dem einen mag das sein, ein empfundenes Unwohlsein, Funktionsstörungen und Dinge, die er nicht so mag, überwinden zu können. Beim anderen sind es vielleicht Krankheiten und sogar schwere Erkrankungen, die er dadurch besiegt. Und eine dritte Gruppe, die schafft es damit, also mit diesen ganz einfachen Dingen, von denen Sie gleich erfahren, worum es geht, mit diesen einfachen Dingen Krankheiten vermeiden. Echte Prävention, echter Schutz vor schweren Erkrankungen. Darum geht es hier. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, oder beziehungsweise der Anlass. Der Anlass ist, dass ich gestern hier zu Hause am Wochenende, das ist der 16. Juli 2017, ich am Wochenende hier saß und meine Daten rückblickend mal aufgearbeitet habe. Und ich meine damit die Daten, die mir Anwenderinnen und Anwender, die Naturzeolid einnehmen, dass die mir geschrieben haben, was bei Ihnen vor sich gegangen ist. Und das habe ich aufgearbeitet und komme nun zu dem Schluss, dass ich Ihnen das mitteile und Sie dann hoffentlich auch diesen Schluss daraus ziehen, es zumindest zu versuchen, Ihr Leben damit zu verbessern. Eine große Chance haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird durch die regelmäßige Einnahme des von mir empfohlenen Naturzeolid, Ihr Leben sich ändern, Ihre Lebensqualität sich verbessern. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja, wenn Sie der Meinung sind, Sie können das auch, dann beschreiten Sie mit mir den weiteren Weg, jetzt in diesem Video. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sowieso nichts machen können für Verbesserung Ihrer Lebensqualität, für Verbesserung Ihrer Gesundheit und dass Sie auch nichts machen müssen, dann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, hier sich auszuschalten. Ihnen kann ich nicht helfen, das ist überhaupt nicht für mich möglich. Jemand, der nicht die Möglichkeiten sieht und sie ergreifen möchte, jedenfalls ein Teil davon, dass ich dem helfen kann. Nachdem wir das geklärt haben, muss ich nur noch etwas weiteres klären. Ich bin klinischer Strahlenphysiker, beschäftige mich mein Leben lang schon damit, mit dem Ziel Leben ohne Krankheit und habe dafür einiges aufgearbeitet. Ich bin Geräteentwickler, ich bin Geschäftsführer, ich bin Patentinhaber, ich bin Dozent, ich bilde andere Menschen auf diesem Gebiet aus und mache vieles, vieles mehr. Aber, was ich nicht bin, ich bin nicht Arzt. Somit können Sie von mir keine ärztliche Empfehlung, keine ärztliche Therapieempfehlung und auch keine ärztliche Beratung erwarten. Das geht nicht und das darf ich auch nicht und das ist auch selbstverständlich. Wenn Sie also Anzeichen einer Erkrankung haben, dann wenden Sie sich an den Arzt, dem Sie Vertrauen schenken. Und ich hoffe und drücke Ihnen dafür die Daumen, dass Sie noch einen Arzt von dem Typ finden, dem das Wohlbefinden der ihm anvertrauten Patienten das höchste Gut ist. Es soll ja so sein, dass die Anzahl dieser Ärzte dieses Typus nachlässt. Aber ich drücke Ihnen die Daumen. Hier bei mir geht es darum, Methoden und Erkenntnisse aufzugreifen, Informationen aufzunehmen, die ich Ihnen gebe, die Sie einsetzen können zur Verbesserung Ihres Lebens und zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Und es ist häufig so einfach und kostet auch häufig überhaupt kein Geld und wenn schon, dann ist es relativ preiswert das Ganze, wenn man sich überlegt, welchen Nutzen man daraus ziehen kann. Es geht um Naturzeolid, ein vulkanisches Gesteinsmehl, das so wunderbare Eigenschaften hat, dass es unser Leben verbessern kann. Ich selbst habe das erste Mal vor etwa 25 Jahren einen Kontakt zu dieser Thematik bekommen. Das ging damals so. Ein mit mir bekannter Arzt und Professor brauchte meine Hilfe. Wozu brauchte er meine Hilfe? Er hatte vier Patienten, die krebskrank waren. Und diese vier Patienten waren von allen anderen Ärzten bisher aufgegeben. Man hätte sie sozusagen aufgrund ihres fortgeschrittenen Erkrankungsstadiums, hatte man sie aufgegeben und glaubte nicht mehr an eine Heilung, an eine Besserung für diese Patienten. Und damit wollte sich mein Freund und Professor nicht abfinden. Und da er in der internationalen Literatur und auf internationalen Kongressen von Kollegen, von Fällen erfahren hat, wo man mit Naturzeolid helfen konnte, auch bei schwersten Erkrankungen, wollte er es einfach zum Wohle dieser Patienten versuchen. Das war damals illegal. Und ich spreche heute nur anonym darüber, weil selbst nach 25 Jahren ich nicht weiß, ob man diesen Arzt dafür belangen könnte. Jedenfalls hat er mich beauftragt, und jetzt komme ich ins Spiel, das war meine erste Berührung, also fachlicher Art zur Naturzeolid, hat er mich beauftragt, dieses ihm zur Verfügung stehende vulkanische Gesteinsmehl strahlenphysikalisch zu untersuchen. Das ist mir aufgrund meiner Kenntnis und aufgrund meiner zur Verfügung stehenden Apparaturen gut gelungen. Und ich konnte es freigeben zur Benutzung aus strahlenphysikalischer Sicht. Der Arzt hat es eingesetzt, und schon nach wenigen Wochen war es so, und ich habe immer noch eine große Freude, die ich dabei verspüre, denn irgendwie denke ich, dass ich doch einen kleinen Anteil hatte an diesem Erfolg. Nach wenigen Wochen war es so, dass die Patienten wieder genesen. Und nach fünf Jahren konnte man auch noch keinen Krebs mehr nachweisen, und den Patienten ging es also, zumindest solange ich ihren Entwicklungsweg verfolgen konnte, sehr, sehr gut. Das war also das Beispiel, wie ein beherzter Arzt, dem eben das Wohl der Patienten das Wichtigste war, er sogar illegale Wege gegangen ist, um dem Patienten zu helfen, und es ist ihm gelungen. Danach bin ich lange Jahre nicht mit Zeolit in Verbindung geraten, bis ich dann im Zusammenhang mit Literaturstudium auf die Arbeiten von Professor Hecht gekommen bin und dann erst einmal gestaunt habe, welches breite Einsatzgebiet das vulkanische Gestein Naturzeolit hat, und was man dort alles bewältigen kann. Kurzum, ich kann es Ihnen nur empfehlen, gegen Ihr kleines Unwohlsein, gegen schwere Erkrankungen, als vorbeugende Maßnahme nicht an schweren Erkrankungen zu erleiden, kann ich Ihnen Naturzeolit empfehlen. Es ist wirklich sensationell, nicht nur bei den vier Patienten, sondern sensationell, was ich auch festgestellt habe in den letzten über zehn Jahren, wo ich es im Einsatz habe. Und die mir vorliegenden Berichte, die habe ich hier notiert, die mir vorliegenden Berichte von Anwenderinnen und Anwendern beschreiben diese Situation sehr, sehr gut, und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Es handelt sich um die Wiedergabe von Erfahrungen der Anwenderinnen und Anwender, und das sind an der Zahl über tausend, da will ich Sie nicht langweilen, Gottes Willen, nein. Ich will vielleicht einzelne Ihnen einmal vortragen, und dann können Sie sich selber ein Bild davon machen. Also es ist nur ein Ausschnitt, und ich denke zum Beispiel an einen 66-jährigen Mann, der nach einer Woche schon Energie und Wohlbefinden wieder verspürte, und nach neun Monaten war sein Blutdruck, der war nämlich zu hoch, der ist gesunken, und ebenfalls trat verbesserter Haarwuchs ein. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Des Weiteren, eine Frau, sie ist 67 Jahre, schon nach einer Woche stellte sie fest, dass ihr Stuhlgang wieder reguliert und regelmäßig ist, und nach zwei Wochen war ihr linker Arm, der in der Bewegung beeinträchtigt war, wieder frei und schmerzfrei bewegbar, und nach acht Monaten stellte sie auch ganz deutlich fest, dass ihre Besenreise an den Beinen, dass die verringert waren. Ein Mann, nein, eine Dame, 75 Jahre alt, stellte fest, nach einer Woche hatte sie weder Muskelkrämpfe in den Beinen, die klagten sie schon viele Jahre, und in der gleichen Zeit konnte sie auch ihre Rheuma-Medikamente reduzieren und neutralisieren. Ja, dann haben wir mehrere Patienten, Entschuldigung, mehrere Anwenderinnen und Anwender, ich darf ja nicht von Patienten sprechen, Hier zum Beispiel eine 65-jährige Frau, die nach zwei Wochen festgestellt hat, dass ihr Zahnstein reduziert war, so deutlich, dass sie es eben selber feststellen konnte. Asthma ist bei einem Mann, 45 Jahre, stark zurückgegangen, und viele, viele Berichte berichten darüber, dass ihr Wohlbefinden gesteigert ist und auch ihre Energie. Konzentrationsschulungsfähigkeit ist verbessert worden, das trifft für einen Mann 55 Jahre zu, und das trat schon nach drei Wochen ein. Das ist eben festgestellt, genauso wie beim selben Patienten, sich die Lungensituation verbessert hat. Eine andere Frau mit 55 Jahren, nach vier Wochen, waren ihre Augenringe weg, und ihr Schlaf war ruhiger, die Verstopfung war beseitigt, und das eben alles nach vier Wochen. Ja, so gibt es also eine ganze Menge. Ich kann von einer Anwenderin berichten, die stellte fest, dass ihr Melanom, sie ist also krebskrank, ihr Melanom sich deutlich reduziert hat, das war nach sechs Wochen schon, und dass Hautverdickungen abgefallen sind. Soweit also zu den Berichten, das ist wie gesagt nur ein Ausschnitt davon, was eben andere Anwenderinnen und Anwender uns berichtet haben, und die Anwenderzahl ist natürlich auch entsprechend hoch schon, dass also eine Sicherheit zu diesen Berichten auch statistisch gegeben ist. Was sollten Sie daraus schlussfolgern? Ich denke, dass Sie es einfach einmal probieren sollten, Naturzeolit einzunehmen, und es ist auch einfach zu bekommen, darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Nur bevor Sie sich Naturzeolit auswählen, und diese Vorzüge für Ihr Wohlbefinden, für bessere Lebensqualität sofort genießen können, wie das eintritt, sollten Sie sich mit der Qualität beschäftigen. Und ich habe gemeinsam mit Mitarbeitern, mit Wissenschaftlern und befreundeten Ärzten, mit Kooperationspartnern das über fast ein Jahr getan, dass ich die Qualität von Angeboten, Naturzeolit untersucht habe. Und ich wollte nur das Beste haben, denn schließlich geht es ja um eigenes Leben, um eigene Lebensqualität. Und so sind wir darauf gekommen, dann hat sich herausgebildet, dass das Naturzeolit 10 Mikrometer, dass das das Beste ist. Und das habe ich auch in den Shop aufgenommen, zu dem Sie hier gelangen können. Und ich empfehle Ihnen heute noch, ändern Sie durch eine kleine Maßnahme, nämlich die tägliche Einnahme von 6 Gramm Naturzeolit, ändern Sie durch diese ganz kleine Maßnahme Ihr Leben, verbessern Sie damit Ihre Lebensqualität, verlängern Sie vielleicht sogar ein glückliches Leben damit. Viele Menschen haben das schon vorgemacht. Die Erfahrungen zu Naturzeiten gehen bis in die Antike zurück. Aber es wäre vielleicht auch interessant, Ihnen noch detaillierte Informationen zu geben. Das ist aber nicht notwendig, um damit zu beginnen und den Vorteil zu genießen. Die näheren Informationen, wenn Sie es jemanden interessiert, die wissenschaftlicher Art und physikalisch-technischer Art sind, die gebe ich Ihnen gern in einem demnächst zu haltenen Seminar im Internet. Und dazu lade ich Sie jetzt schon ein. Ich informiere Sie gern darüber. Jetzt geht es erst einmal darum, greifen Sie an, nehmen Sie Ihre Situation in die Hand, verbessern Sie Ihre Lebensqualität und gehen Sie auf den Shop, shop.schmerzen-was-tun.de und bestellen Sie dort Naturzeolit 10 Mikrometer. Sie können eine Dose bestellen, die kostet 29,90 Euro, die reicht für 40 Tage. Sie können aber auch zwei Dosen bestellen, die dann dementsprechend 80 Tage reichen und bei zwei Dosen haben Sie den Vorteil, dass Ihnen die Versandkosten erlassen bleiben. Also nutzen Sie den Tag. Meilen Sie auch jetzt, wo Sie das Video gesehen haben, das könnte eine Sternstunde in Ihrem Leben sein und beginnen Sie mit Verbesserung der Lebensqualität. Starten Sie mit Naturzehlt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.